So, und damit herzlich willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Äh, das Spiel ist kurz mal frozen. Geht aber gleich wieder los. Ähm, ja. Wir müssen das YouTube-Platoon finden. Schauen wir, was mit denen los ist. Was ist hier, was du? Ich finde es, ein besonderes Produkt in den Gelenkarten. Ja, ich glaube, es ist noch ein Besonderes Thema. Ich verstehe, es braucht nichts mehr zu tun. Daher geht's einfach nicht. So, machen wir mal das Vasef hier erstmal weg. Arrwiderci. Boom. Ups, Saber. Ja, ich habe noch einen AP. Hmm. Ich hab hier doch noch bestimmt... Ja, da ist doch noch so ein Ding. Und es ist weg. Das ist das? Das ist das. Gut. Also, das ist das. Oh. 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 so wenn ich jetzt heile kann ich auch gleich die geben noch mal kurz weil schnell schauen tor 2 hat sich geöffnet und der nächste kam nicht ich habe aber rechts und links gibt es jetzt was ich hätte erst mal rechts gucken weil da gibt es nämlich keinen aktivierbaren scheint hier gibt es bestimmt ein umwelt dingens so und hier ist bestimmt die steuerung für tor 3 okay we are headed that's about it what the fuck okay oh das ist ja erst mal zwei vor allem von den vier ich sehe gerade nichts wie sie die schnelle ich bin beide getroffen hinten ist dann noch irgendwas was ich mit lte man kann so ich muss jetzt mal ganz kurz weg genau deswegen ein bisschen ein kleines problemchen da schnell machen ich stehe hier zu weit weg ich bin das war einfacher als gedacht das ist wieder ein speicherpunkt relativ viele speicherpunkte aber sehr viele speicherpunkte so das sieht doch gut aus so noch was was wir schon machen können da ist der mensch mal besser als das was sie jetzt hat schnell speichern damit wir das alles schon gemacht haben damit wir das nicht irgendwann mal wieder machen müssen oder vergessen im schlimmsten fall hier gibt es jetzt mehrere tasten und rechts sind zwei sachen zum runterschmeißen wahrscheinlich wirklich guck erst mal rechts lang und geht dann links lang ok das ist zu schnell ich glaube ich habe ich habe Oh, tschüss. Das ist ja noch eins. Und weg damit. Tschüss. Oh, tschüss. Das wäre das. Das Tor ist halt einfach zu. Kann man nicht durch? Kann man da denn eigentlich von der Seite so drüber hin? Das geht nicht. Das ist so ein Kampfgebiet da in der Mitte. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nochmal schnell auf die andere Seite, mache die anderen Viecher auch noch weg. Ja. 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 Und tschüss. Boom. Davon auch wieder einer. Ja, davon ist auch wieder einer. Warte mal, das heißt, ich werde erst mal folgendes tun. Oh, warte mal, ich will mal was probieren. Geht das? Das ist ja lustig. Da haben wir einen. Okay. Kurz ein bisschen aufladen lassen. Aber eigentlich nicht. Okay. Kann ich nicht mehr tragen. Ist ja ärgerlich. So, lad mal ein bisschen auf. Und let's go. Okay. 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 Hier ist doch hundertprozentig ein Kampfgebiet, oder? I did knew it. Das ist ja noch einer. Zack, nochmal eins ist. Ach, da ist ja noch einer. Zack, da ist ja noch einer. Zack, da ist ja noch einer. Let's go. Kazani. Noice. Schöner, schöner Kampf. Oh, ähm. Kennkarte, weil ich genau. Äh, schau, ob ich noch aber sowas. Was haben wir denn hier? Noch eine, äh, ich habe noch eine Sprung. Luftsprungfähigkeiten. Luftsprinter alleine habe ich ja schon, ne? Ja, der Angriff. Sturmangriff. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben Erhüttschaden, Bodengeschlagenen, Gegnern, erhöht Geschwindigkeit, wenn wir wiederbelebt werden. Ja, das ist, äh, ja. Während Gehirnantrieb aktiv ist, erholt sich die Gesundheit. Keine Ahnung. Äh, bei Treffern von Gegnern, leere Schmetteranzeige, Wettbewerb, EXP. Ah, da ist es doch. Da sind die Plugins. Da. Da. Sehr gut. Ausrüstung, Kasane. Zweiter Plugin. Und zwar bekommt sie ein Kraftverbessern im K. Für Neff. Ich ziehe noch mal ein bisschen mehr Damage. So. Ich wollte gerade sagen, dass das so ein riesiges Scheißgebiet ist. Ich mache den Grund, ich mache das so ein Rade, ich mache das so ein Rade. Und zwar. Ich mache das so ein Rade. Oder wie du geistest, was du in die Welt done? Ich fache mich. Ich mache das so ein Rade. Oder wie du, wenn du dich jetzt? tschüss next ist der andere Person, hier ok ein stufenabstück perfekt ja ich sag mal die kleinen Viecher sind jetzt nicht so das Problem das ist das schon eher und was ist dann, ach du heiliger, ok ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Entspannung, ein bisschen Platz mal eben äh äh Aua Nein, 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 lass mich doch daraus jetzt hat's mal gemacht, chillin ja punch Axe ie die ver gut Quora yeah Steh auf, Kasana Steh auf, Kasana So, eins von den Riesenfiltern ist weg, mein Gott ist ne Aua Boom, Boom, Mannsack Zack, und damit ist das Koko auch weg Wo ist jetzt das Pony? Da ist Pony, so Oh, hab Alarm Hab ich denn hier noch irgendwo was? Meine Psycho-Kraft wieder aufnommen Ja, 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 hab's verstanden, oh no, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Yay, wir werden wieder überleben So, da hab ich jetzt mal ganz kurz Wo ist es denn? Da Und tschüss Oh, zum Glück wurden wir wiederbelebt Und jetzt gone Das war tatsächlich nicht mehr Glück als Verstand gerade Alter Schwede Okay Bis zum nächsten Mal.